Ja, hallo! Willkommen zur ersten Übungsaufgabe zum Satz von Moivre. Ich habe die Übungsaufgabe hier hingeschrieben und wir werden fünf Sätze benötigen, um diese Übungsaufgabe zu lösen. Gut, gehen wir die Sätze noch mal kurz durch. Da ist zunächst einmal der Satz von Moivre, der sagt eben, wenn ich eine komplexe Zahl, die in trigonometrischer Form vorliegt, mit n potenzieren möchte, dann kann ich das machen, indem ich die beiden Winkel mit n multipliziere. Der nächste Satz ist das Korrelat zum Satz von Moivre und der sagt eben, ich habe ja hier zwei Rechenzeichen, hier kann Plus oder Minus stehen und hier steht jetzt ein Plus, n sei eine natürliche Zahl. Dann kann ich folgendes machen, ich kann diese beiden Rechenzeichen, also das hier und das hier, die kann ich beide gleichzeitig wechseln. Wenn ich zum Beispiel das obere Rechenzeichen habe, hier das Plus und das n ist sowieso positiv, dann habe ich hier Plus Plus und aus Plus Plus wird Minus Minus. Oder wenn ich unterschiedliche Rechenzeichen habe, Minus Plus wird daraus Plus Minus. Ja, also kurz gesagt, die beiden Zeichen kann ich gleichzeitig tauschen. So, mit diesem Satz kann ich also ein Minus in den Exponenten verschieben, da wird dann der Exponent negativ. Aber was mache ich, wenn ich keinen Exponenten habe? Dann nehme ich Satz Nummer 3 und der sagt eben, dass ich ein Minus, was hier steht, in den Winkel rein verschieben kann. Das mache ich, weil die trigonometrische Form lautet ja Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Ja, da muss ein Plus stehen. Und wenn da ein Minus steht, dann kann ich das wegmachen, indem ich das Minus von hier in die beiden Winkel reinschiebe. Dann erhalte ich hier ein Plus. So, dann haben wir noch diesen Satz. Genau gesagt, das sind zwei Sätze. Der erste Satz sagt eben hier, dass die Sinus-Funktion eine ungerade Funktion ist. Da gilt eben Sinus minus Phi gleich Minus Sinus Phi. Und die Cosinus-Funktion ist eine gerade Funktion. Da gilt Cosinus Phi gleich Cosinus minus Phi. Ja, und dann haben wir noch den letzten Satz. Und da sind also Cosinus und Sinus vertauscht. Die trigonometrische Form sieht ja so aus. Da kommt erst das Cosinus und dann kommt i mal Sinus. Ja, und wenn ich da nicht Cosinus-Sinus habe, sondern Sinus-Cosinus, also beide sind vertauscht, dann wende ich Satz Nummer 2 an hier, den unteren. Gut, die Reihenfolge ist hier übrigens so ein bisschen durcheinander. Satz 1 ist hier, dann kommt 2 hier, 3 hier. Das hängt damit zusammen, die wendet man in einer bestimmten Reihenfolge an. Erst beginnt man immer mit Satz Nummer 1. Ja, warum fange ich eigentlich mit Satz Nummer 1 an? Ja, Satz Nummer 1, genau gesagt, dieser Teil hier, der macht ja folgendes. Damit kann ich einen Winkel umändern. Genauer gesagt, nicht den ganzen Winkel, aber zumindest das Vorzeichen. Aus Phi kann ich Minus Phi machen und umgekehrt. Ja, also diesen Satz hier versuche ich zuerst anzuwenden, falls es überhaupt nötig ist, weil alle anderen Sätze, die haben gleiche Winkel. Ich habe hier Phi Phi, hier habe ich N mal Phi N mal Phi oder hier habe ich Pi halbe minus Phi, Pi halbe minus Phi. Ich habe also immer gleiche Winkel, die haben keine unterschiedlichen Vorzeichen. Ja, und um alle übrigen Sätze benutzen zu können, muss ich erst mal den Winkel gleich machen, denn das ist eben in den anderen Sätzen hier Voraussetzung. Und deshalb fange ich erst immer damit an, die Winkel gleich zu machen. Ja, und das ist hier auch nötig. Wenn ihr mal drauf guckt, ich habe hier, wir fangen also im Zähler an, ich habe hier einmal Minus Phi und einmal Phi. Ja, und da sagt dieser Satz eben, beim Cosinus ist es egal, da kann ich also das Vorzeichen nach Belieben tauschen. Also tausche ich dieses Vorzeichen hier, dann habe ich schon mal den gleichen Winkel und darf dann die übrigen Sätze, nämlich dann Satz Nummer 2 anwenden. Ja, also fangen wir mal an. Ich habe hier also Sinus minus Phi minus, hoppla, minus I mal Cosinus. So, und jetzt hat man gesagt, Cosinus Phi kann ich umändern in Cosinus minus Phi. Dann mache ich das auch. Und jetzt nehme ich mal eine eckige Klammer und dann kommt da noch minus 8 hin. So, und der Nenner, da tut sich im Augenblick nichts, da mache ich mal einfach nur so Striche. Ja, also das war die erste Umformung aus Cosinus Phi, wird Cosinus minus Phi nach diesem Satz hier. Das habe ich gemacht, damit die Winkel gleich sind und das muss ich machen, weil für alle übrigen Sätze werden gleiche Winkel gefordert. So, wenn die Winkel gleich sind, dann gucke ich, ob ich hier eine vertauschte Reihenfolge habe. Statt Cosinus Sinus eine Sinus-Cosinus-Reihenfolge. Ja, und dummerweise habe ich das hier genau, also muss ich auch Satz Nummer 2 anwenden und diese Reihenfolge Sinus-Cosinus hier, Sinus-Cosinus vertauschen. Gut, und dann sagt der Satz eben, ich darf die vertauschen, aus Sinus-Cosinus wird Cosinus Sinus, wenn ich statt des Winkels Phi den Winkel Pi halbe minus Phi nehme. Also Aufgabe ist, den Winkel umzuändern, ja, aus Phi wird Pi halbe minus Phi. Dann schreibe ich also hier hin, ich habe also jetzt Cosinus, aus Sinus wird Cosinus und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, der Winkel, der hier Phi heißt, ist hier minus Phi. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich fange also hier an, ich habe also Pi halbe, Pi halbe, dann kommt ein Minus, dann kommt der Winkel Phi und jetzt Achtung, mein Winkel Phi ist jetzt ein negativer Winkel, also Minus Phi, also noch ein Minuszeichen hinmachen. Ja, ganz wichtig. Ist verwirrend, aber es ist so. So, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Term, diese Formel 2, die wir gerade benutzen, die gilt natürlich auch, wenn hier ein Minus steht. Habe ich vergessen, drunter zu schreiben. Aber machen wir mal weiter. Also, wir sind jetzt hier bei diesem Minuszeichen, dann kommt I mal I mal. So, und dann haben wir gesagt, das Cosinus, aus dem Cosinus wird ein Sinus. Da wird ein Sinus draus. Und der Winkel heißt Pi halbe. Pi halbe minus. So, und der Winkel Phi, das ist dieser hier. Der Winkel Phi heißt jetzt Minus Phi, also noch ein Minuszeichen. So, nehmen wir mal eine eckige Klammer. Okay, und dann kommt noch die äußere Klammer mit der Potenz. Da mache ich jetzt mal so geschweifte Klammern. Okay, das war also die Anwendung des Satzes Nummer 2. Und den Nenner, den lassen wir wieder so. Da mache ich jetzt mal einfach wieder so Punkte. Wobei, da habe ich mich verschrieben. Das heißt ja nicht 8, sondern Minus 8. Minus 8. So, jetzt sind wir fertig. Gut, weil wir ein bisschen wenig Platz an der Tafel haben, mache ich den nächsten Schritt direkt hier an dieser Formel hier. Und da seht ihr ja, dass ich hier ein doppeltes Minus habe. Und Minus Minus ergibt nach den Vorzeichenregeln Plus. Okay. Und das gleiche habe ich hier. Hier habe ich Minus Minus Phi. Wieder die Vorzeichenregeln anwenden. Dann habe ich ein Plus. Und das Phi schreibe ich noch mal ein bisschen schöner. Okay. So, eine kurze Zusammenfassung. Also, bis jetzt haben wir die Winkel mit diesem Satz hier gleich gemacht. Das haben wir zuerst gemacht, weil wir gleiche Winkel für die übrigen Sätze brauchen. Jetzt im nächsten Schritt habe ich hier diese Reihenfolge umgedreht. Das müssen wir machen, weil in den folgenden Sätzen, da habe ich die Reihenfolge Cosinus Sinus. Und wenn ich Sinus Cosinus habe, muss ich die Reihenfolge erst mal umdrehen. Also, wir gehen streng nach einer Reihenfolge. Und jetzt haben wir schon fast die trigonometrische Form, die da lautet Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi. Oder irgendeinen anderen Winkel kann ich nicht nehmen. Nehme ich mal Alpha. Ja, wir haben also einmal die richtige Reihenfolge. Cosinus Sinus. Cosinus Sinus. Die haben wir. Wir haben jetzt auch gleiche Winkel. Hier oben waren die ja noch vom Vorzeichen unterschiedlich. Jetzt haben wir hier gleiche Winkel. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Sache, die uns stört. Und das ist hier dieses Minuszeichen. Bei der trigonometrischen Form, da muss da ja ein Pluszeichen stehen. So, und um dieses Minus wegzumachen, da haben wir zwei Sätze. Entweder 3 oder 4. 3, hatten wir gesagt, wird angewendet, wenn ich keine Potenz habe. Wenn ich aber eine Potenz habe, nehme ich Satz 4. Ja, hier habe ich eine Potenz, nämlich die Potenz hoch minus 8. Also nehme ich Satz Nummer 4. Satz Nummer 3 überspringe ich. Den könnte ich auch anwenden, wenn ich wollte. Aber das ist zu kompliziert. Ich nehme dann immer direkt Satz Nummer 4. Der ist einfacher. Und der sagt eben, dass ich diese beiden Rechenzeichen gleichzeitig ändern kann. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier Minus Minus. Und wenn wir die beide ändern, haben wir Plus Plus. Minus Minus haben wir hier. Das wäre also, wir wenden den Satz von hier in diese Richtung an, von rechts nach links. Wenn ich hier ein Minus habe, das obere Zeichen, und hier auch, dann wird daraus ein Plus. Das obere Zeichen ist ja ein Plus und ein Plus. N ist ja eine positive Zahl. Ja, also nochmal, aus Minus Minus wird Plus Plus. Ganz einfach. Also mache ich hier ein Plus draus und hier auch. Plus 8 oder ich schreibe mir einfach 8. Okay. Als letztes wenden wir diesen Satz hier an, Satz Nummer 5, also den Satz von Moivre. Aber warum muss ich den überhaupt anwenden? Also ich habe ja hier den Nenner mal weggelassen. Aber wenn wir uns den mal angucken, dann steht da im Nenner die trigonometrische Form mit dem Winkel 2 Phi. Ja, 2 Phi ist der Winkel. Und hier habe ich einen ganz anderen Winkel. Und deshalb versuche ich jetzt, diesen Winkel hier, ist ja der gleiche hier und hier, diesen Winkel umzuändern in 2 Phi, damit ich das irgendwie weiter vereinfachen kann. Ja, aber dazu muss ich erst nochmal hier den Term abschreiben. So, jetzt habe ich also den Term nochmal abgeschrieben und jetzt mache ich folgendes. Aus der 8 mache ich 4 mal 2. 8 ist ja das gleiche wie 4 mal 2. So, und jetzt benutze ich ein Potenzgesetz. Das lautet folgendermaßen, A hoch M mal N ist gleich A hoch M hoch N. Ja, das ist ein Potenzgesetz, das kennt man aus der Schule. Das wende ich jetzt hier drauf an, also das M ist die 4, das N ist die 2. Ja, also kann ich hier das N, die 2, so extra schreiben. So, dann habe ich hier also hoch 4 und jetzt mache ich nochmal eine geschweifte Klammer. Das ist dann hoch 2. Gut, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt mache ich folgendes. Ich wende den Satz von Moivre an. Und der sagt eben hier, allerdings nur hier auf diesen Termen, ne. Und der sagt eben, dass ich einen Exponenten hier vor den Winkel schreiben kann. Das heißt, ich nehme die 4 und multipliziere diesen, beziehungsweise diesen Winkel, ne. Es muss ja der gleiche sein. Multipliziere diesen Winkel hier mit 4. Ja, dann erhalte ich, ich schreibe es mal auf. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert durch die vielen Klammern. Dann Cosinus. So, und jetzt hier 4 mal diesen Ausdruck. Dann habe ich da 4 Pi durch 2 plus 4 Phi. Okay, jetzt sind wir hier. Dann kommt I mal Sinus. Und jetzt kommt wieder der Satz von Moivre. Wieder hier diesen Winkel. Oder besser gesagt, diese Summe, ne. Der Winkel ist ja eine Summe. Mit 4 multiplizieren. Dann habe ich hier wieder 4, 4 Pi durch 2 plus 4 Phi. So, jetzt muss ich ein bisschen mit den Klammern aufpassen. Das ist diese hier. Und die 4 ist ja weggefallen. Die habe ich ja in den Winkel reingezogen. Die ist also weg. Dann brauche ich keine weitere Klammer mehr. Und die 2 haben wir aber noch. Die haben wir ja nicht in den Winkel rein verschoben. Und natürlich einen großen Strich drunter. Und hier ist noch der Nenner. Ja, jetzt stellt sich die Frage, warum habe ich das gemacht? Sieht ja komplizierter aus als vor. Aber, aber wenn ihr euch das hier mal anguckt, diesen Ausdruck hier, beziehungsweise diesen hier, da habe ich ja 2 Pi. 4 Pi durch 2 sind ja 2 Pi. So, und die Sinus-Funktion und die Cosinus-Funktion, die haben ja eine Periode von 2 Pi. Ja, also wenn das hier zum Beispiel die Sinus-Funktion ist, nehme ich mal eine andere Farbe. So, dann habe ich hier Pi. Und das ist 2 Pi. Und nach 2 Pi hier wiederholt sich die Sinus-Funktion wieder. Bei 0 geht sie hoch hier. Und bei 2 Pi wiederholt sich das Ganze. Da geht sie auch wieder hoch. Das Gleiche gilt für die Cosinus-Funktion. Ja, das heißt, ob ich da 2 Pi, also diesen Ausdruck hier, hinzu addiere oder nicht, ich werde den gleichen Funktionswert erhalten. Und deshalb kann ich das hier und das hier einfach wegstreichen. Ja, also dazu war dieser Trick, dass ich hier die 4 reinziehe, damit hier ein, äh, damit hier 2 Pi entstehen. Hier, beziehungsweise hier. Und dann kann ich das streichen. Gut, für den nächsten Schritt muss ich die Formel ein bisschen aufräumen. Also erstmal wüsche ich hier diese 2 Pi weg. Und hier auch. Die sind also weggefallen, wie gesagt, hier durch. Und jetzt schreibe ich das mal ein bisschen enger. Also 4 Pi. Weil für den nächsten Schritt brauchen wir etwas Platz. Plus i mal Sinus. Plus i mal Sinus. Und dann steht hier als Argument 4 Pi. 4 Pi. So, und die eckige Klammer hoch 2, die schreibe ich auch ein bisschen näher dran. Okay. Und jetzt mache ich folgendes. Wir haben ja den Nenner immer nur hier durch Striche gekennzeichnet. Den schreibe ich jetzt mal ab. Der lautete also Cosinus 2 Pi. Plus i mal Sinus 2 Pi. Okay. So, wenn wir uns das jetzt hier angucken, dann habe ich jetzt im Zähler und im Nenner die trigonometrische Form. Das Einzige, was noch unterschiedlich ist, ich habe hier 4 Pi und hier habe ich 2 Pi. Das heißt, die Winkel sind unterschiedlich. Und deshalb muss ich oben im Zähler noch was machen. Dazu wende ich wieder hier den Satz von Moivre an. Aber in umgekehrter Richtung wie gerade. Gerade habe ich ja etwas hier, nämlich die 4, in den Winkel reingezogen. Ja. Da habe ich also von hier nach hier gearbeitet. Jetzt gehe ich in die andere Richtung. Von hier nach hier benutze ich den Satz von Moivre. Ja. Ich nehme also etwas aus dem Winkel und schreibe es in den Exponenten. Und das, was ich hier rausnehme, ja was nehme ich da raus? Natürlich nicht die gesamte Zahl 4. Dann hätte ich ja hier 1 mal 4, 1 mal 4 und hier 2 mal 4. Sondern ich nehme nur 2 raus. Also 4 ist ja 2 mal 2. Die eine 2 lasse ich als Faktor stehen und die andere 2 nehme ich raus. Dann erhalte ich hier Cosinus von 2 mal Phi plus i mal Sinus 2 mal Phi. Und wie gesagt, von der 4, dann nehme ich 2 von raus. Dann habe ich hier 2 mal 2 und das ergibt 4. So, der Nenner bleibt gleich Cosinus 2 Phi plus i mal Sinus 2 Phi. Und jetzt seht ihr oben und unten steht das Gleiche und deshalb kann ich kürzen. Ich kürze also das hier und dann wird hier oben nur 3 draus und dann erhalte ich das Ergebnis. Das mache ich jetzt vielleicht mal am besten in Rot. Das Ergebnis ist also Cosinus 2 Phi plus i mal Sinus 2 Phi. Aber ich sehe gerade, wir können das Ganze nochmal vereinfachen. Nämlich die Potenz wegmachen. Also das habe ich jetzt hier im letzten Schritt erhalten. Und jetzt wende ich den Satz von Moivre einfach nochmal an und ziehe hier die 3 in den Winkel rein. Dann erhalte ich hier eine 6. Und wenn ich die 3 auch hier reinbringe, erhalte ich hier auch eine 6. So, und das ist dann aber wirklich hier mein Ergebnis. Ja, also mein Ergebnis lautet Cosinus von 6 Phi plus i mal Sinus von 6 Phi. Das ist also meine Lösung. Das ist ja die trigonometrische Form einer komplexen Zahl. Weiter als eine komplexe Zahl kann ich nicht vereinfachen. Also ist das die Lösung. Ja, zum Abschluss nochmal eine kurze Zusammenfassung. Es ist also ganz wichtig, dass ihr euch hier an die richtige Reihenfolge haltet. Man beginnt immer hier mit dieser Formel. Die braucht man eigentlich nur für theoretische Zwecke. Also hier mit der Cosinus-Formel. Da beginnt man, weil für alle übrigen Formeln brauche ich gleiche Winkel. Die dürfen sich also nicht im Vorzeichen unterscheiden. Gut, wenn ich gleiche Winkel habe, dann gehe ich zur Formel Nummer 2. Da muss ich die richtige Reihenfolge herstellen. Natürlich auch wieder nur, wenn das nötig ist. Wenn ich da schon die richtige Reihenfolge habe, natürlich nicht. Aber wenn ich hier schon den richtigen Winkel habe, brauche ich das natürlich auch nicht. Ja, und warum muss ich hier die richtige Reihenfolge, die Cis-Reihenfolge herstellen? Weil die drei übrigen Formeln dann eben die richtige Reihenfolge benötigen. Die sind für die Reihenfolge Cosinus I mal Sinus. Auf die Cis-Reihenfolge kommt es darauf an. Also in der richtigen Reihenfolge arbeiten bei Schritt 1 und 2. Genauso bei Schritt 3 und 4. Die muss ich dann als nächstes anwenden. Einmal hier diese Formel, wenn ich keine Potenz habe. Oder diese Formel, wenn ich eine Potenz habe. Wobei man sagen muss, Formel Nummer 3 ist nur ein Sonderfall von Formel Nummer 4. Denn wenn ich keine Potenz habe, kann ich mir eine Potenz denken. Ich kann mir ja hier eine Klammer drum denken und eine 1. Also Formel 3 ist eigentlich gar nicht nötig. Aber wenn ich die jetzt in Formel 4 reingepackt hätte, wäre es zu kompliziert geworden. Gut, also dann kommt Formel 3. Wenn ich keine Potenz habe, Formel 4. Auch wieder auf die Reihenfolge achten. 3 und 4 müssen gemacht werden. Bevor ich 5 anwende, bevor ich den Satz von Moivre anwende. Denn beim Satz von Moivre kommt es darauf an, dass hier und hier ein Plus steht. Also das Plus muss ich erst mit Formel 3 oder Formel 4 machen. Also ich darf nicht plötzlich hier anfangen, den Satz von Moivre anzuwenden, wenn ich die vorigen Sätze noch nicht durchprobiert habe. Ja, das war es dann. Weitere Aufgaben findet ihr in meinem Lehrwerk zur Ingenieurmathematik, also im Buch komplexe Zahlen. Und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Und dann sind wir hier auf saúde. Untertitelung des ZDF, 2020